Adolfo Lastretti ist ein italienischer Schauspieler. Leben Lastretti zog schon in frühen Jahren aufgrund finanzieller Probleme mit seiner Familie nach Rapallo. Nach seiner Ausbildung an der Academia Date Dramatica Silvio D'Amico debütierte er als Schauspieler im 1957 entstandenen 8mm Kurzfilm La Spiaccia. Er spielte anschließend seit Beginn der 1960er Jahre in Rom wohnhaft neben seiner Bühnenkarriere meist Charakterrollen in Genrefilmen, später vermehrt für das Fernsehen. In den Stabangaben wird er manchmal auch als Peter Lastretti, Aldo Lastretti, Alfonso Lastretti oder Guy Rensen gelistet. Lastretti arbeitete gelegentlich auch als Synchronsprecher. Lastretti spricht auch Englisch und Französisch. Filmografie 1968 Ringo Such dir einen Platz zum Sterben 1971 Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert 1972 Sie verkaufen den Tod 1973 Das Lied von Mord und Totschlag 1973 Chef in Afrika 1974 Spasmo 1975 Verdammt zu leben, verdammt zu sterben 1975 1975 Flash Solo 1976 Cop Hunter 1977 Die Killer Meute 1977 Amann Colt Magnum 1979 Oma Mugtat Löwe der Wüste 2000 Padre Pio Frisk-Pio 50-2022 Was er fasziniert kann und eine zu beschmerzen,